Wir haben den Hut, Alter. Geil, Alter. Nice. Wir brauchen nur noch das Outfit und die Hose, Mann. Let's come, let's get. Okay. Weet! Ich weiß nicht, dass wir nicht. Na los. Ich bin drauf. So, Leute. Willkommen zu einem Video von GoogleJLP und SteveFox Elkaninepommes am Start. Heute mit Wobbly live. Und wir gehen heute mal zur Quiz-Show, oder? Und lasst mal gucken, ob wir die Quiz-Show irgendwie gewinnen können. Oder wo die erstmal ist und was wir dann machen müssen. So, hier unten. Leute, vergesst nicht unseren Channel abonnieren. Genau, dann lasst ein Abo und ein Like am Start. Für weitere Videos von uns. Los, jetzt. Wow, Alter. Krasser Flug von mir. Leute, wir wollen jetzt einmal zur Quiz-Show. Die ist hier... Ist die? Weißt du das? Hier vorne ist die. Hier. Du bist mir jetzt. Sag mal. Ach, da unten. Folgt mir auf der Wobbly Live-Karte. Papa, warte auf mich. Ja, ja. Ich warte vorm Eingang. So, Leute. Quiz-Show. Neues Update. Das habt ihr hier direkt. Also direkt gegenüber vor dem Krankenhaus und neben der Polizei. Habt ihr hier so ein Quiz-Show mit so einem Hut. Und da findet ihr die Quiz-Show. Leute, guck mal rein. Leute, komm mal rein. Guck mal. Oh, ich komm nicht rein. Hier, guck mal. Das Outfit soll man bei der Quiz-Show gewinnen. Ah, das kann man gewinnen? Ja. Nice, Alter. Wenn das als Preis dasteht. So. Cool. On the second floor. Im zweiten Stock sagt er. Alles klar. Dann los. Papa, guck mal. Hier. Hier ist Mr. High und der Least. Hallo, High. Hallo. Papa, lass uns jetzt hochgehen. Okay, Chef. Okay, ich bin da. Aber ist cool. Die Knöpfe haben jetzt irgendwie bessere Sounds, wa? Nach oben. Also ihr seht, ihr müsst jetzt zwei Stöcke nach oben fahren. Und dann sind wir angeblich in der Quiz-Show. Ah, da ist der große Fall. Okay. Zeig mal. Und wir müssen jetzt den... Oh, nice. Papa, guck mal. Ja. Hier drauf wird jetzt die, ähm, Dings. Diese Dings. Man kann mich gewinnen. Guck mal, ich bin der Gewinn heute. Hey. Hey. Papa, los, komm mit mir an. Okay. Warte mal, kann ich kurz anlesen, bitte? Ich. Ich. Okay. Ich. 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 Hör zu lesen. Okay. Hey, do you want to be a next condone? Klar. Was haben wir hier? Wobbly live Quiz-Show. And answer all five questions ready to become a Quiz-Master. Okay. Bist du bereit? Äh, ich denke schon, ja. Na, dann lass uns mal den Quiz-Master werden. Los geht's. Oh, guck mal, das auch, dann sollen wir gewinnen. Okay. Wie kriegen wir das? Ah, zuschauen. Moin, Leute. Ich glaube, das soll an der Gewinnerpunkt sein. Das soll da drauf sein. Okay. Wir beide sind am Start. 100 Dollar. Wir müssen jetzt alles vom Date lösen. Okay. Erst müssen wir fünf Fragen beantworten. Alles klar. Jetzt kommt die erste Frage. Stimmt alles in Englisch. Okay, war ja klar. And, wir woppen die mal. What is the name of a clothes shop? Das heißt, äh, Cosmic Clothing, Pie, Design, Fashion. Ich glaube, Cosmic, oder? Ja, was? Ah, drück mal A. Was? A? Ja, ich drück mal A. Ich glaube, Cosmic Clothing war das. Ja, Mann, bin ich cool. Wir sind voll die Pros, ey. Nice. Well done. Wir sind richtig. Okay. Jetzt geben wir einen Punkt, wa? Okay. Was ist denn, wenn ich die richtige Antwort wäre und nur die falsche Antwort? Kriegen wir trotzdem einen Punkt? Nee, dann müssen wir alles von neu machen. Sicher? Ja. Ja. Echt? Ja. Okay. What side of the road do Wobblies drive on? Wir fahren immer rechts. Immer rechts. Äh, ich würde wieder... Fahren wir mal rechts? Ja. Oder? Ja. Sag mal A. 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 Was? Beides falsch? Boah, das ist schwierig, ey. Fahren wir immer links in Wobbly live? Wir hätten gewonnen. Keiner. Oh, dann wäre es dann wirklich linke Seite gewesen. Oh, Leute, das haben wir uns vor allem versemmelt. Das müssen wir noch mal machen, bestimmt, wa? Ja. Alles klar. Alter, du darfst keine Frage fallen. Aber guck mal, wenn einer richtig geantwortet hätte, ich glaube, wären wir durchgekommen. Lass mal gleich aus, wie das funktioniert. So, ich nehme nochmal an für uns. so, düm-düm-düm-dTsudatsum. Düm-düm-dTsattum sömdäh-dαι-DTsom. Komm, komm, diesen jetzt noch mal schicken wir alle fünf Fragen richtig jetzt. Oooooh, Mr. Teddy. Die Preise werden ja immer schlechter. Teddy. Ich will mehr haben. What is a pet snails forward thing? So fing halt fangen, oder? Mach mal A. Mach mal A. Boah, keine Ahnung, was die meinen. Das ist ja super schwer, ey. Dann machen wir eben nicht die Quischung. Boah, das ist schwierig, Leute. Wir wollen das Outfit. Oder? Genau. Wie guckt man das Outfit her? Kann man sich das irgendwo verkaufen? Nee. Ey, die Fragen sind ja voll schwer, ey. Komm, noch mal. Letztes Mal noch mal. Guck mal, wie wir hier abschneiden. Alter, ist das schwer. Als ich dir vorhin geholfen hatte, hattest du alle fünf Fragen richtig, ne? Weil die Fragen sind echt schwierig. Wir müssen die Fragen mal ein bisschen aufschreiben, ob wir die richtige Antwort uns wissen. Ah! Das ist der Hut! Ja! Yo, Alter! Da ist der Hut! Okay! Man muss so lange das Quiz machen, bis man das bekommt. Also das Outfit, Alter. Krass! Okay. How many red barns are on the farm? Zwei waren es, ne? Drück mal Nummer D, bitte. D. Unten rechts. Genau. Da waren zwei Farmer-Jobs. Ja, perfekt. Ja, da, 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 da. Boah, jetzt müssen wir uns das merken. Ninja Popis. Ich will jetzt diesen Hut bekommen. Alter, voll cool. Okay. Wir brauchen den Hut. Und das Outfit und die Hose, oder? Ja. Müssen wir uns hier Fragen echt ein bisschen merken. What side of a road? Okay. Vorhin hatten wir, äh, rechts, center. Links. Äh, jetzt links. Drück mal B. Das zweite. B. Ja. Ja. Also die Popis fahren immer links, Leute, ja? Wie in links. Wie in England. Ja. Okay. Die Fragen wiederholen sich. Wir müssen uns ruhig die richtigen Antworten merken. Wir müssen die richtigen Antworten merken, merken, merken hier. Ah, cool. Das ist der Hut spawnt, ey. Which are in credence isn't available? Äh, es gibt keine Zwiebeln. Zwiebeln gibt's nicht bei den Burgerlern. C. C. Ist das C. Es gibt keine Zwiebeln. Es gibt nur Cheese. Es gibt Tomato, aber keine Zwiebeln. Ja. Nur Salat und, ähm, Tomate, Käse. Und Fleisch und Burgerbrot. Aber keine Zwiebeln. Genau. Ja, weil das wär dann viel zu scharf. Okay. Oh, Mann. Naja Popis, gleich kriegen wir euch einen Hut. Es gibt mir Mühe, ja? Ja. So. Which foods are not grown in Wobblesfarm? Erdbeeren, Korn, Bohnen oder Tomaten? Ich glaub, Erdbeeren gibt's keine, ne? Nee. Mach mal C. C. Das dritte. Ich glaub, es sind keine Erdbeeren, wenn ich dich täusche. Ja. Ja. Wow. Wir brauchen noch einmal eine Quest. Noch eine. Dann haben wir den Hut. Alter, nice, 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 nice. Okay, lange habe ich's gecheckt. Okay. Komm, gib uns die letzte Frage, Bro. Okay. Ah, bitte nix schweres. Oh Gott. In the jungle, wer ist a large stone shadow? What is... Ah. War letztes Mal Wobbly richtig? Ähm, die Statue, äh, die Statue, weißt du das noch? Ja, Wobbly, Wobbly. Dann, ah, 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 ah. Der sieht aus wie ein Wobbly, oder? Bitte, bitte, ja. Ja. Ja, ja, ja. Die Statue, wisst ihr, Leute, im Dschungel? Ja! Wir haben den Hut. Yes. Wir haben den Hut, Alter. Geil, Alter. Nice. Die brauchen nur noch das Outfit und die Hose, Mann. Oh, Mais, die kriegt man da auch? Ja, ich glaube, die kriegen... Yeah. Ah, wir haben komplett das ganze Outfit bekommen. Geil, das ganze Outfit. Wow. Oh, komm. Komm, komm, komm. Lass uns schnell rausgehen. Komm, ich will dich schnell anziehen. Schnell, schnell, schnell. Kann ich das anziehen? Kann ich das anziehen? Kann man nicht schnell respawn machen? Kann man sich hier umziehen, hier? Nee. Kann man respawn machen? Ja, machen wir respawn. So, endlich. Leute, wir haben das Quizmaster auf und bekommen. Alter, sind wir krass, ey. Los, komm, 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 komm. Alter, voll nice. Ey. Und ich konnte dir alle Fragen beantworten. Das heißt, Leute, wenn ihr gefragt werdet, wo die Wobblis fahren... Guck mal, eigentlich fahren die doch eigentlich hier rechts, oder? Aber in Wobbly-Antwort fahren die links. Das verstehe ich nicht. Aber ist okay. Links ist die richtige Antwort. Nee, guck mal, die Wobblis fahren wirklich links. Ich sehe es. Aber, Mann, das Spiel hat recht. Mist. Okay, egal. Aufkommt wie... Ja, ich will es auch zeigen. Schnell, 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 los. Aussteigen. Mäde, 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 los. Ich gehe auf... Kann man sich da vorne auch umziehen beim Laden? Nee, wa? Nee. Okay. Ich will auch das haben. Ich gucke dich von oben an. Ah, ich spioniere dich aus. Los, Jan, yeah. Los. Ich sehe dich. Alter, wir haben das erste Mal... Erst hat man ein Gatsop bekommen, dann den Fernseher. Und dann das... Aber ich dachte, man muss jedes Outfit-Teil einzeln machen. Aber haben das... Oh, cool. Siehst du aus, Alter. Zeig mal. Alter, du glitzerst dir voll. Du bist ja voll der Disco-Man. Oh, cool. Lass euch mal ein Foto machen zusammen. Ich hole mir auch das Outfit schnell. Alter, die ist ja voll krass geil aus. Wie gefällt es dir? Ja. Sag mal, du bist gleich begeistert. Ja, ich bin jetzt schon begeistert. Ist doch geil. Guck mal, wie wir aussehen, Alter. Richtig nice. Wow. Komm, lass mal hier ins Spotlight gehen. Leute, guckt mal so die zwei Christmas-Masters aus. Sehen wir geil aus, oder was? Nice. Von hinten auch noch mal. Boah, richtig fesch. Wow. Wollen wir noch mal ein bisschen Spaß mit dem Riesenball-Schwimmbad? Ja, guck mal, wir können ja, vielleicht gibt es was Neues im Schwimmbad. Komm, wir schnappen uns mal den Krankenwagen und gucken, was im Schwimmbad gibt es. Vielleicht gibt es ja was Neues. Guck mal, die Christmas-Masters in die Hüte gucken oben raus, wie das aussieht. Sehr gut. Okay, komm, Leute, guckt jetzt mal. Ich bin voll baff gerade. Wir haben das erste Mal das Outfit gesehen und haben gleich das Christmas-Masters ausbekommen. Voll geil, ey. Papa, können wir ein bisschen auch den Riesenball mitnehmen? Äh, na, ich will jetzt mal gucken, was das Neues gibt in der Schwimmhalle. Vielleicht gibt es ja neue Sachen. Ich will mal gucken. Wir müssen uns ein neues Auto holen. Nee. Nee, wir kommen so voran. Wir kommen voran. Oh, ist nice, oder? Dass wir es bekommen haben? Mhm. Das heißt, ich habe gesehen, man kann ein Geldsack gewinnen, Fernseher, ein Teddybär und wir haben jetzt das Quizmaster-Outfit. Yeah. Alter, der Hut ist schon nice, Alter. Und die Glitze sieht voll cool aus, das Outfit. Ich bin gerade voll begeistert, ey. Au. So, lass mal gucken, was hier Neues gibt. Yay. Gut geparkt, ja. Guter Park. Ja, guck mal, guter Parkplatz, oder? Nice one. Nee. Yeah. Alter, wie glitzert so krass. Guck mal. Mal schauen, was gibt es hier Neues. Wir haben Luftmatratze, Ball. Oh, das ist nichts Neues dabei, okay. Mal gucken, wie das Sprungbett ist. Gibt es da Neuigkeiten? Ey. Eigentlich alles alt. Miau. Miau. Boom. Ich mach auch 100 Meter Sprung. Komm, ich will mal rutschen, weil ich was Neues hier... Aber ich will auch rutschen mit dir. Kann ich mit dir rutschen? Na klar. Papa, wartest du um? Ja. Also, Leute, wenn ihr das Quizmaster-Outfit haben möchtet, dann müsst ihr wirklich warten, bis das Quizmaster-Outfit auf diesem Preis-Präsent-Teller liegt. Und da müsst ihr noch alle fünf Fragen richtig beantworten. Also, auf jeden Fall kann es schwierig werden. Los. Wow. Die zwei Quizmaster rutschen die Rutsche runter. Wir glitzern so krass, Alter. Richtig nice, ey. Yeah. Sind sie bereit? Ja, da ist es mal klar. Die Sirene läuft. Bitte steigen sie ein. Steigen sie ein, bitte. Unsere Hüte gucken, die sieht man nicht raus. Ne, da ist die Feuerwehr zu groß. So, das löschen wir zum Schluss mal eine kleine Runde Feuer, Leute. Ich finde den Job wirklich so nice. Der macht so viel Spaß. Das ist voll cool. Und mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Müssen wir hier hin? Warte mal. Oh, wo brennt es denn heute? Ich glaube, da hinten. Wo denn? Bei unserem Haus? Oh, bei der Müllhalde. Was, was bei unserem Haus unten? Was, unser Haus brennt? Ne, unter uns unser Haus brennt. Okay, okay. Oh, stimmt, stimmt. Oh, wei, was. Wie hat es denn da am Feuer gelegt, ey? Das muss ein Fiesling sein, oder? Muss ein Fiesling sein? Wow. Wow, Weidbrand. Machst du wieder Feuer frei? Ja. Das Feuer löscht den Papa gelegt. Ja, los, komm, komm. Lösch das Feuer, mein kleiner... Oh, wow. Wo bist du? Wo bist du? Du bist gerade voll umgefallen. Ich helfe dir ein bisschen mit. Ich helfe dir mit, ja. Oh Mann, aber ohne Jetpack ist es voll schwer, Leute. Da hinten ist noch ein Feuer. Ja. Ja, ich versuche in die Pumpe zu nehmen, den Schlauch, aber es funktioniert nicht. Jetzt. Okay. Feuer löschen, 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 löschen. Perfekt. Von der Weite. Okay, haben wir? Da hinten ist noch ein Feuer. Ja. Los, komm, schnapp dir den Schlauch. Au! Oh, sorry. Los, lösch, lösch. Hilf mir. Du brennst. Na los. Lösch das Feuer. Behalt den Schlauch. Perfekt. Wir haben hier noch, guck mal, hier hast du eins vergessen. Hier, los. Ja, und ich fahre weiter, nicht erschrecken. Los, mein Freund, kommen Sie mit hier, kommen Sie ran hier. Los. Ich wurde mitgezogen. Das muss, noch das Feuer, das Feuer, du musst Bling machen. Weiter. Ah, hilfst du mir. Ja, ja, aber das Auto bewegt sich. Ich krieg das nicht. So. Fertig. Hier ist noch ein Feuer, lösch das mal. Du hast gerade so einen guten Job. Machst einen guten Job. Komm, hier noch. Weiter, weiter. In einer, Leute. Einer fährt, einer leuchtet das Feuer. Das ist super effektiv und geht super schnell. Komm, letzte Feuer, Bro. Yeah. 50 Dollar. Wow. Hey, mein Geldsack. Komm ich hier gar nicht mehr hoch, oder was? Aber schon ein leichtes Outfit, oder? Ja, wir glitzern. Ich komm hier nicht mehr rauf, Mann. Mann, ey. Warte mal. Wo ist mir? Ah, Leute. Es ist die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist weggesport. Okay. Guck mal, wir leuchten so cool im Dunkeln, Alter. Richtig lustig, ey. Genau. Leute, falls ihr den Job auch haben wollt und das tolle Outfit, dann macht einfach den Quizjob. Ihr müsst so lange den Quizjob annehmen, bis ihr auf den Präsentteller, also den Geschenkteller da, das Outfit seht. Wir haben jetzt den Hut gerade gesehen und haben da das ganze Outfit bekommen. Das heißt, und dann müsst ihr nochmal fünf Fragen richtig beantworten. Das, glaube ich, kann ein bisschen hart an die Nerven gehen oder viel falsch machen, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Genau. Leute, das war unser Video mit den Quizshow. Es ging schneller als gedacht. Ich darf das übelst aufwenden. Ich wusste erst mal gar nicht, wie ihr diesen Job hier, also wie ihr das Outfit bekommt. Da habe ich gerade das Outfit gesehen. Das muss der Schlüssel sein. Das heißt, alle fünf Fragen beantworten. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ey, fahre mich nicht um. Hallo? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch hier auf ein Abo und like hier weiter. Kunde Videos von uns. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Au, au, au. OMG, Alter. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und da rein. Ciao. Bäm. Bäm. Und? Bäh. Bäh. Bäm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020